Ich bin auf dem Weg zur Moschee. Ich zeige euch heute, was Taiwan alles für Palästina macht. Und zwar geht es darum, dass heute ein paar Stände geöffnet werden. An der Grand Mall. Essen, Klamotten, alles mögliche wird verkauft. Leute, wir sind jetzt angekommen. Bruder hier ist Türke und jetzt Chinesisch. Wir haben uns hier alle getroffen. Ich sehe hier von überall verschiedenen Nationen, auch sehr viele Ausländer. Wir laufen jetzt ein bisschen durch. Ich habe Hunger. Ich muss unbedingt was essen. So viel los. Es sind so viele Ausländer. Ich finde es so krass. Der Heidi, bro. Ich bin mein Mann. Ich bin mein Mann. Schön, dass ich dich? Wie geht's dir? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin ich diegit. Ich bin dein. Okay. Was sind das? Es ist ein Friedrichs Unternehmen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Milt Tee. Das ist der Milt Tee. Mit dem Milt Tee. Okay, ich will versuchen. Das ist sehr populär in der Kalle Square. Wer ist aus? Deutschland. Türkei. Ich bin. Das ist mir. Ich bin. Das ist mir. ich weiß nicht was es ist aber sieht geil aus und ein milk tea so der pula testet ich habe gar keine ahnung aber englisch süß aber nicht zu süß es schmeckt ziemlich gut das ist mich kaffee ich glaube ich habe die ich habe die frau da hinten verjagt so probiert das ich weiß nicht was das ist aber ja nicht gut das ist keine ahnung aber nicht gut so irgendwas frotiert es wieder ich habe das schon mal gegessen trocken wie sahara aber anscheinend ist es richtig das schmeckt ziemlich gut womit do you like it i like the food but it's too oily what do you think about the taste i like the food and i like the food it's for adan tauackal bijjehdin biaz min fasih fainni alim tu bi annaka nagewa walubesu khabithin muzillin kabeht Okay Leute, ich probier jetzt was an. Mal gucken, ich hoffe es passt mir. Die Stimmung ist so krass, ich glaube es nicht. Ich bin echt verblüht, hier gibt es so viele Ausländer und von allen Nationen. Alle sind so freundlich. Ich müsste mal ein paar Leute ansprechen, mit denen reden, einfach mal um zu wissen, was da abgeht. Ich bin gespannt. Ich laufe mir jetzt rum, versuche ein paar Leute anzusprechen. Ich hoffe es wird mich peinlich. begging, ich drinnen und freundlich. Und von der Schof und der Schofen, zu diesen losk Wir sind hier in der Kremlis. Heute und heute haben wir hier ein Kermis für die Filistinien. Wir versuchen auch zu beheben, etwas zu unterstützen. Wir bedanken uns zu Teilpei. Ich möchte sagen, dass ich wirklich, wirklich hoffe, dass alle, und alle, dass ihr Herz in diesen Zeiten erinnern kann. Viele Menschen sind durch viele Dinge, viele Menschen sind durch die Dinge, die nicht passieren müssen. Everyone has a right to live with freedom and dignity, and I stand strongly on the side of humanity. Free Palestine. So we're here at the Grand Mosque in Taipei and the Taiwanese people also very much support Palestine. We're here raising money. We see what's happening and we have hope that there can be change and there's support here as well. And I really hope that the situation gets better and that the Palestinian people can walk freely on the street and be supported by other countries as we here in Taiwan. From river to sea, free Palestine! Hi everyone, we're in Taipei today at the Grand Mosque. There's a bunch of people around all showing their support for Palestine, Palestine, whatever you want to call it. We're here in big numbers, people from all around the world gathered together to support and free Palestine. Hello, I'm an Egyptian and I'm currently in Taiwan and I'm so happy to see so many people rallying up for Palestine. And I just want people to know that Palestine will be free from river to sea. And what's happening right now, as tragic as it is, it's the first step in freeing it all. Palestinian horror! Hi everyone, my name is Nehal and I'm from India. And here I came for that charity of the Palestinians. And we are hoping and wishing for the Palestinians and hope so that you are also doing the same. And today I met my one new friend from Germany and I'm feeling very happy to meet. Thank you! Hello. Who are you? My name is Anna. Are you good? Yes. You are right. How do you do it? Are you good? Thank you! The parents and the father makes doah for his son for his children. The second one the doah of the oppressors the mutlul and the third one is the doer of one Muslim forever Muslim brethren in his absence. I'm happy to be here today. Thank you for all the people. I hope you enjoyed the video. Okay, Leute, das war's für heute. Es war ein ultra krasser Tag. Ich habe so viele neue Menschen kennengelernt. Es hat so viel Energie gegeben. So viel aus Puerto Rico, aus USA, England. Wirklich überall aus Ägypten. So nett alle. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich die Leute gesehen habe. Danke Leute. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Habibi, kamte islam. See you, everyone. Sizi seviyorum. Herkesi seviyorum. Eblere selamlar. Hatayliler, bulun ben arkadaşlar. Taiwan'dayım. Çok yakınım. Hadi, es selamu aleyküm.